Hele, willkommen zu Die Folge, wie jetzt sagt. Hi, der Herbst. Und ich bin nicht allein, wir sind hier mit zergeht. Hallo. Was ist denn so? Kann ich machen, auch das ist oben hier auf dem Bett, ne? Na was? Das Bett ist oben auf dem Bett, oder? Ja. Oh, ich kenne die halt gar nicht mehr, die ist so alt. Oh, nice. Okay, gut, ist es nicht wirklich zugebaut, aber ist es zugebaut. Ja, ist schon gut. Ich will es nicht um. Ich habe 4 Gold, ich habe es nicht mehr. Ich habe beide von Rot. Nein, ich gehe schnell an die Base. Ja, ich gehe schnell zu Rot. Ist ja voll die Wache, Russia Runde gerade irgendwie. Die haben mich nicht, ich nehme noch. Okay, warte, ich komme nicht. Das ist jetzt auch weg. Alter, die Runde geht ganz schnell. Ja, aber ich bin so, ich habe den Bett. ich habe den Bett, ich habe den Bett. Ja, ich habe den Bett, ich habe den Bett. Das ist jetzt jetzt der Bett, man kann das nicht herstellen. Ja, die ist doch einfach ganz Fortschritt. Aber ich habe den Bett, ich habe den Bett auf, und wo habe ich ein Punkt. vier minuten gg leute wir ziehen uns gleich in der nächsten runde bis gleich so leute wir sind jetzt in der nächsten runde aber muss das zugeben das war eine geile stats ne? zieh doch mal meine stats rein. stats rein leute sind voll episch okay wenn wir einfach hi mcplayer ghg kkk bahn zu hören was ist schon mit kensie player ghg war hoch war hoch blöcke weg da nicht keine blöcke mehr aber wir können erst einmal sein also eine Mitte was kann erster sein ja ok Kassel das Wort der Reisen Kitzel zwischen den Zürich die Säden da kann ich machen eine Blöcke mehr K K K auch in der Hälfte gestorben wie die K auch stattdessen die Klappe und zu ziehen die Kugel dann jemand zu uns über und ich habe natürlich gekillt wir sind Achtung, Blau hat versucht uns zu raschen, Blau hat es auf uns abgesehen. Ne, weil ich habe einen Bogen. Man kommt so, ich habe es auf einen. Einfach einen Bogen mir gedroppt. Da läuft. Ich habe jetzt auch einen Bogen. Kann sein, dass er den aus Versehen gedroppt hat, aber es scheint nichts, also muss er den mit Absicht gedroppt haben. Das kann wieder so eine Rorschauende werden, obwohl, oh. Na, nicht so, Rorschau. Ja, nicht so. Aber die kann trotzdem schnell gehen, ja. Auf jeden Fall. Ich habe das Bett provisorisch eingebaut. Okay, wir gehen zu Team Gelb, du kannst ja mitkommen. Ja, ich, oh Gott, das Bett, äh, hier. Oh, der. Komm. Jetzt musst du übernehmen. Oh, das ist unser Team-Mail, der gerade aufhört. Ich versuche es mal ein bisschen zu raschen. Ich habe ihn. Echt? Ja. Als ob. Doch, guck mal, Chef. Warte, da ist noch ein Gelber unten, der kein Gold ist, wenn wir den Kellnern haben, der die Gold ist. Für unser Team-Mail ist jetzt auch hier. Aber der weiß nicht, dass die einen Bogen haben. Exit ist tot. Nice. Exit ist hier. Oh, alter. Exit ist auch dauernd. Jetzt können wir die Russen. Du bist jetzt leider nur nicht da. Nee, ich komm raus. Oh, ihr schafft das schon. Nice. Nice, alter. Gigi. Gigi. Alter, 13, 13. Okay, Leute, ich hoffe, die Frage hat euch gefallen. Ich hoffe, das ist ein nächstes Mal. Wenn ich wieder ein Video mache, ja, und, ja, und, äh, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal abonniert, so geht, Link mal in der Videobeschreibung. Willst du noch was sagen? Tschüss. Tschau. Tschau.